moin meine herz allerliebsten straßenmeister rein hier aus deutschland oder auch meinetwegen wo anders in europa ich glaube ihr habt noch nicht so ganz verstanden was alles in euren aufgaben bereich gehört ist überhaupt was ich meine ich möchte mal ganz kurz zeigen hier passt mal auf guckt euch das mal an nämlich mal nämlich ganz genau das hier richtig neben den ganzen geflickten schlaglöchern wo man sich sein auto mit kaputt fährt gibt es nämlich noch die sache wo ihr euch drum kümmern müsst diese scheiße hohen straßengräser mann wo sich schon die affen von ast zu ast hin und herwinden und dann springen die da von ast zu ast weil die gräser nämlich schon so hoch sind direkt schon bis zu den wolken mann habt ihr einander marmel oder was da kann man doch nicht mal mit den verkehrschildern sehen kann man auch einen unfall bauen oder so was so neils so egal wo ich lang fahr überall sind die straßengräser so was von hoch echt das ist wie in urwald da leben schon irgendwelche tierarten die doch gar nicht entdeckt worden sind und das nur wenn das da so hoch ist wie im urwald hat der dann eine marmel oder was seht zu dass ihr die scheiß straßengräser mal damit es kann doch nicht so schwer sein und das haben wir auch kein geld da mann mann doch da kann tats mit cheetah schon wohnen da in dem urwald was ihr straßengräser nennt da häuser alles gleich so schlimm schön hoch lasst doch wachsen da echt da sind schon pflanzen bei die hat doch keine sau auf diesem planet gesehen kriegst du im blutdruck da echt soll ich da bald reinlaufen oder was soll ich tats an den neuen dings leoparden unterhose da schenken da kannst du schon leoparden dünne schießen da irgendwelche tierarten bestimmt leben da noch irgendwelche dinosaurier die alle doch gar nicht ausgestorben sind nur die findet keine sau weil die scheiß gräser da so hoch sind seht zu dass ihr es ordentlich macht macht die gräser kurzer mann doch echt hält doch kein mensch im kopf wäre auch so